Hi, willkommen in diesem ganz kurzen Video und zwar zwei Punkte gibt es jetzt mal in diesem Video, hat eher weniger mit dem E-Gitarra-Spielen zu tun und zwar der erste Punkt ist der, willst du Feedback werten? Ja, ist schon jetzt wieder eine Zeit lang her, eine Serie veröffentlicht, wird es auch demnächst wieder was Neues geben, zumindest ist es der Plan, und zwar eine Songwriting-Serie. Die hat zwar nicht allzu viele Views, weil es wahrscheinlich auch nicht so viele Leute gibt, die sich an Songwriting interessieren, aber wo du Interesse haben solltest, ist natürlich dein E-Gitarra-Spielen zu verbessern. Und es gab innerhalb von dieser Serie auch mal die Idee von jemandem, hey, ihr könnt ja eigentlich auch mal Songs, die man geschrieben hat, irgendwie dann hier auf YouTube veröffentlichen und dann einfach mal bewerten. Und genau darum geht es hier in diesem Video, es war so eine kleine Ankündigung. Wenn du möchtest, dass wir dein E-Gitarra-Spiel bewerten, das heißt, es muss nicht unbedingt sein, dass du uns einen Song zuschickst. Es kann auch sein, dass du uns einfach ein Video zuschickst von einem Solo oder von irgendwelchen Riffs, die du nachspielst, oder meinetwegen irgendeinen Song, den wir hier auf YouTube veröffentlicht haben. Ja, da gibt es ja mittlerweile hunderte Stück von Songs, die du nachspielst. Es kann entweder ein Video sein, es kann aber auch eine Audiodatei sein. Und du möchtest, dass wir dir ein paar Tipps geben, was du besser machen kannst und diese auch bewerten. Und natürlich, dass wir dann das Video oder die Audiodatei hier auf YouTube veröffentlichen dürfen. Das ist natürlich dann die Voraussetzung, ja. Dann haben wir uns gedacht, okay, probieren wir es mal aus. Wenn es Bedarf und Interesse gibt, dann machen wir das gerne. Wenn nicht, dann eben nicht. Ja, auch kein Problem. Du, musst ihr, ja, die Community, die Zuschauer darüber entscheiden. Wenn du sagst, hey, das finde ich interessant, will ich auf jeden Fall mal wissen, was ihr über mein Gitarrenspiel sagt. Dann kannst du uns gerne deine Audiodatei oder vorzugsweise auch ein Video zuschicken. Einfach an kontakt.gitamasterplan.de. Wenn du eine größere Datei hast, dann nutze am besten entweder den Service von Google, Google Drive oder Retransfer. Da kannst du kostenlos, glaube ich, bis zu 2 GB hochladen, also reicht mehr aus, als ein Video über 3, 4, 5 Minuten hochzuladen, was es wahrscheinlich nicht viel länger sein sollte. Oder auch Dropbox, ja, kannst du uns auch einfach den Dropbox-Link schicken zu der Datei, die wir runterladen können. Und dann hauen wir die in ein Video rein und geben dir Feedback zu deinem Spiel. Wir werden einfach erstmal abwarten, wie viele Einsendungen wir bekommen, ja. Wenn das mehrere sind, dann werden wir die auch in Videos verpacken und dann hier auf YouTube nach und nach veröffentlichen, ja. Es ist nicht so, dass wir dann direkt die Woche darauf, wenn du uns was zuschickst, das veröffentlichen, ja. Also da bitten wir um etwas Geduld. Ist auch nicht gesagt, dass wir es überhaupt veröffentlichen, ja. Ist eine freiwillige Sache von dir als auch von uns. Und wir schauen einfach mal, ob es hier Bedarf, Interesse gibt, okay. Das zu diesem Punkt. Dann der andere Punkt ist der 18.05.2019. Es ist Mai, es ist ein Samstag und es ist das 25-jährige Jubiläum von Sigi Braun, Fine Young Guitars. An der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, ja, Gratulation. Und da sind auch wir mit am Start. Der Eintritt ist frei. Das Ganze ist in Göppingen bei Sigi Braun in seinem Büro, in seiner Werkstatt. Wenn du irgendwo im Umkreis wohnst, ja, irgendwo so Richtung Heilbronn, Göppingen, Mannheim, Frankfurt oder so, dann komm unbedingt vorbei. Es gibt einige coole Acts. Es gibt coole Sachen dort. Und wir werden auch ein kleines Gitter-Mesterplan-Special machen. Und wir, also Chris und ich, werden dort auch einen Workshop geben. Ist auch alles kostenlos. Wie gesagt, kein Eintritt. Ist eine ganz coole Sache. Und darauf wollten wir in diesem Video auch nochmal dich und die YouTube-Community hier hinweisen und aufmerksam machen. Okay, das wird es auch schon in diesem Video gewesen sein. Wir sehen uns in einer nächsten Lektion. Bis dahin, alles Gute, weiterhin viel Spaß mit dem E-Gitarre-Lehren. Rock on! 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 Rock on!